Hallihallo und herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront. Äh, falsch, zu TTT. Battlefront. TTT Battlefront. Mit Sarabot. Möge die Macht mit euch sein. Nee. Äh, hab'n Brüder, bin mich schon. Oh no! Hallo! Wichser freut es sich nicht hier dabei zu sein? Da warst du hier ein auf Yoda. Wichser? Hm, bin Wichser. Ach so, ne, das war klar. Ah, jetzt hat er's. Ja, kommt ein fast Geräusch. Ich fand's voll cool, hier gibt's ein Traitor Room. Da gibt's Traitor Room. Es gibt auch einen Traitor Tester. Ja, da hab' ich schon gefunden. 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 Gibt's denn auch einen Boom-Tester? Uuuuh, das ist die Frage des Jahrhunderts. Ach komm schon! Wer möchte denn einen Trappoli verkaufen? Wer will denn denn einen Trappoli verkaufen? Boah, ein Crepe, ne? Ist der euren Crepes mit Nutella oder ist der die mit Zinser zu kaufen? Jetzt geht's hier wieder los, ey. Boah, Alter, so ein Crepe wär's aber echt geschnitten. Dumm, 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 dumm. Ähm, hier ist der noch gut? Ich war gerade auf der Brücke. Oh, hier ist ein Club. Ach, du auch? Doch, du hast eine Brücke. Wer ist tot? Dusche? Dusche? Wer ist tot? Dusche? Wer ist tot? Dusche? Natürlich. Naja, eigentlich Toilette, aber... Nee, das war's ne Dusche. Nee, die Toilette ist tot. Was? Also das wär schlecht, wenn die Toilette... Nicht Mr. Toiletterer. Mr. WC. Halt! Blöder Fahrstuhl! Aua! Tut's weh? Rot einfach wieder ab. Tut's weh? So, nee, ich flüchte jetzt in Universum. Findet mich da mal. Hi! Bin mal weg. Tschüss! Danke fürs Licht drücken! Ich weiß immer gar nicht, was ich jetzt nehmen soll. Hi! Wo geht es hier lang? Oh, jetzt war's gelbes. Ist was braunes? Ähm... Da hält was rotes! Da knallt's! Da schießt's! Ah, ah, ah! Piper, nein! Ja, ja, ist klar! Ich bin normal am Ende der Welt, äh, und er schreibt meinen Namen. Ja, er hat ja keinen Glück. Och, hier geht's ja noch weiter. Ich bin das irgendwie mal witzig, ich hab keine Ahnung, ich bin... Ach, warte, wenn ich kriege. Ihr habt euch komplette Plasma am Kopf. Also, der Imperator sollte hier mal für ordentlich, äh... Beleitung sorgen! Ja, der ist ja schlimm hier. Oh, galt, ist ein Navo! Ey, was? Das Navo ist hin! Es ist Gott Navo. Nein, warum ist Gott Navo? Wäre es doch der Teufel Navo gewesen. Es ist Navo Kamisama! Aber nein, es ist Teufel Navo. Nee, Navo Kamisama! Warten! Doch! Kamisama! Nein! Kamisama! Die ist im AT-AT-Raum. Kamisama! Weißt du das? AT? Du bist voll gelogen. Die kommt an der Luftschacht zum AT-AT-Raum, bitte. Ja, Luftschacht. Genau, da gehst du gerade rein. Ja, bitte komm ich gerade raus. Sie ist im Dead Ringer. Ey, das ist unfair! Das ist unfair! Das ist unfair! Mit Taschenlampe sollte man ausmachen. Also, es ist Zyrobot. Ey, das war meine. Die hab ich mir offiziell erkämpft. Also, es ist Zyrobot. Ein Zyrobot-Töten. Was? Auch nur, wenn du willst. Also, er hat mir gerade den Diegel fallen gelassen. Ich hätte ja auch nehmen können und ihn erschießen können. Rein in der Theorie. Er hat dir aber auch kein Laserschwert gegeben. Ja, toll! Bin ich hier Laserschwert von Pricks? Vatikant, oder? Was bin ich denn? Ja. Du stellst dir. 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 Du stellst dir auch her in deinen... Keine Ahnung. Du stellst dir gerade so richtig hart einen ab? Nein. Ja, nimm die Leiche gleich mit. Ja, nimm die Leiche gleich mit, weil... Also die Tür hat dich echt nicht gelernt. Oh, hier ist ne Leitung. Aufschlag. Du hast nen Aufschlag gehört? Dann bist ja hier in der Nähe. Nein, das war, wo das Leiche dir ausgeschlagen hat. Achso, ich dachte schon, du hast Riepon getötet. Nein! Ah! Schreib mir doch nicht gleich zu den Ohren! Warum hast du ihn getötet? Der hatte dein Vertrauen gehabt. Panik! Reine Panik! Reine Panik! Reine Panik! Oh, ich geh jetzt mal aufs Klo. Ja, geh mal aufs Klo. Nee, guter Plan. Geh doch mal aufs Klo. Du kannst reinkommen, wenn du willst, aufs Klo. Nein, danke. Ich guck dir nicht, was du bei Klo gehen. Ne? Okay. Nee, du. Tabala! Ach, dann ist hier der Teerraum, ne? Wo die solchonische Gelbe ist. Ich hab aber ahne Wurst. Gut, wer du weißt, wo du bist. Mal hier die Fotos von Zerbot. Nehmen wir eine Bücher. Möge die Macht mit euch erhalten. Die bücher. Die heiligen Bücher. Die bücher. Die bücher. Die heiligen Bücher. Das war vor allen Dingen Fail. Man hat gesehen davon, dass wir beim letzten Mal schon gesagt haben, für den letzten wird die Death Note nicht verwendet. Okay, das hab ich dann nicht gehört. Heißt das die oder das Death Note? Das Death Note. Ja, ich wollt nur sagen, ich muss ganz kurz noch weg, weil ich was zu trinken erholen muss, weil ich kein Ding hab. Ja, dann bist du nicht zu viel, dann auch. Ja, dann bist du gleich. Ui, 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 ui. Qualitativ hochwertige Leute. Ja, er redet immer stundenlang, anstelle das einfach zu tun, was er tun will. Ja, genau. Das wär so, stell dir mal vor, so einfach, du machst ne Talkshow und du gehst die Excel noch so vier Stunden lang in die Länge, weil er einfach irgendwas zu sagen hat. Und das muss er vier Stunden lang. Wenn ich tot bin, ist es nee. Was gibt das heute zu essen, Herr Röckbar? Oh. Alter, keine Ahnung. Ich muss ein Navo machen. Lasagne. Was? Was? Was sollte es zu essen gibt. Hawaii Toast. Oh, das ist der Hawaii Toast, der da einfach mit muss. Oh, jetzt ein Hawaii Toast. Toll gemacht, Navo. Jetzt haben wir's wieder geschafft. Jetzt hab ich aber auch gerade Hunger da drauf. Leute, jetzt kommt. Mit oder ohne Original Kirsche. Nee. Eigentlich müsste er ja immer so eine kleine Kirsche auf die Spitze noch drauf. das ist gut dass dieses spiel gerade zu einem diskussion über hawaii tos nimmst du da normalen schinken oder bacon das ist unterschiedlich das geht richtigen koch schenken richtigen koch schenken aber in der rückwirkung ist zu allem geil das ist ja aber ich glaube das würde das originale hawaii tos verfälschen weil das ist bieten wie kann ich zwar fälschen ein bisschen und aber auch schießt nicht ob es nur ein besonderes ich wusste ja ich gar nicht gar nicht aufzug kollege aufzunehmen gar nichts hier als kurs getroffen hätte dass ich habe in irgendein gesammt gehört Wolltest du mich boxen oder Messern? Ne. Boxen. Oh, das war falsch. Oh, du heilige Nacht. Oh mein Gott. Heil mit mir, du heilige Nacht. Hier ist der Traitor-Tester. Hier ist der Traitor-Tester. Hier ist der Traitor-Tester. Ich hab den Traitor-Tester gefunden. Traitor-Tester? Wir spielen hier T-T-T und nicht ho ho ho, fröhliche Weihnachten. Wir spielen hier ha ha ha. Ha 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 ha. Half-Life? Nee, hier oben. Wir spielen doch nur Half-Life-Mod. Hier oben. Hier komm ich gleich. Oh oh. Ist das nicht gefährlich? Vielleicht liegt es daran, weil du kein T-T bist. Ah, das ist gut. Über den Test der Traitor-Tester. Wir warten da. Da klären wir oben in die Luft gejagt. Oh, das hier. Oha. Na, wo ist denn den Server umgegangen? Nee, ist da oben. Ja, ne? Ja, ähm. Na wo, das war vielleicht nicht so geile Idee? Ja, saver, mhm. Saver? Server-Room ist halt ne T-Falle. Ja, weiß ich. Da bin ich confirmed. Ah, ich bin verletzt worden. Auch dadurch. Hm. Na, confirmed. Vielleicht wusstest du das nicht als T, dass wenn du die auslöst, dass du dann auch verletzt wirst. Aber das ist doch normal, wenn man durch ne T-Falle auch verletzt wird. Oder? Das ist doch völlig normal. Ah. Also ich bin confirmed genug. Also ich eier grad durch den Luftschach. Ach. Ich hatte heute morgen Eier zum Frühstück. Also zum Mittag. Je nachdem. Oh, ich würd mich kaputt lachen. Nein! Das hab ich auch gesehen. Die Sword-Off weggeworfen. Die war voll. Fuck! Ja gut, dann gibt's Schlimmeres, ne? Schlimmeres? Nein. Ich mein, stell dir vor, du hättest... Du hättest... Ne? Mhm. Du hättest... Ja, komm, bring weiter. Ja, stimme ich dir zu. Mhm. Gut. Was machst du hier, Wanwar? Ich hab diesen Ausgang hier versperrt. Ah ja. Warum versperst du nen Ausgang? Nehme ich halt die SG zum Schießen. Auch gut. Also Wanwar kommt mir langsam sehr verdächtig vor. Wanwar, da Wanwar, da kommt man richtig komisch vor. Das ist ein Metallbett, Weaver. Das kannst du nicht verbre... Ja, Ui, Wanwar lebt noch. Ja, Wanwar lebt noch. Der rennt vor mir weg. Äh, Wanwar, was lügst du bei dir? Wanwar ist definitiv dein Traitor. Äh, Weaver schießt auf mich. Und ich hab keine Chance zu flüchten. Ja, kommst du auf, Alter. Komm, wehre dich doch, komm. Schieß da zurück, ey. Jetzt ist er runtergefallen. Warte, ist das ein Torque? Ist er ein Torque? Weiß ich nicht, ich renne mal hinterher. Ach du Scheiße. Äh, hier ist ein Torque. Ich glaub ich hab's zerstört. Und ich hab's zerstört. Oh, du, du, du? Bei den beiden Doppelfahrstühlen. Doppel-D? 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 75 Doppel-D? Aber es ist ziemlich unproportional eigentlich. Ok, ich hab' mal ganz ehrlich, Mann. Du hast auch mal gekauft, du hast weg und hast wettet dazu. Nimmst du jetzt gleich mal... ...hörnst vor der Naase, da hast du irgendwas schlechtes vorher gemacht, sonst wäre es doch kein Ritz. Irgendwer ist hier gestorben. das war ein Traitor das war eindeutig ein Traitor, ja. Das war eindeutig schnell, würde ich mal behaupten. Ja, würde ich auch behaupten. Ja, tut mir leid, Simon, dann bist du der andere Teele. Hä? Klar, weil wann wir von dem Turret angegriffen wurden, ich hab's nicht gehört. Ach so. Ein Teele wird von dem Turret nicht angegriffen. Selbst wenn er drum herum schießt. Aber was ist mit Narvo? Narvo ist tot, jetzt würdest du längst reden. Also, ja, ja. Und sie macht ne Schweigerunde. Nicht, dass ich dir nicht zustimme, aber, ja, prinzipiell hast du recht. Jawohl, hab ich gesagt. Da hat jemand zu viel Alblali geguckt. Nein, nicht doch. Mal abgesehen davon, dass wir es doch früher sogar noch gesagt haben, beziehungsweise Snay hat es doch gesagt. Oh. Was? Wart ihr nicht wieder alle hier? Das war Zeit? Ja. Ah. Ah. Oh, die haben die Dinger auch verändert. Das wurde doch im Server Room. Time has run out. The traitor is loose. Ja. Gut, dass ihr es nochmal sagt, weil ich wusste nicht mehr, wie ich gestorben bin. Ich hab irgendwie Alzheimer, glaub ich. So lange schon tot gewesen. Also, ich hab den Server Raum eingemacht, du bist reingegangen und bist gestorben. Ach stimmt, das war's. Ähm. Okay, ich bin jetzt schon zweimal auf nem Klo hier gespawnt. Nee. Und was bist du gestorben? Ähm. Untergefallen. Wo? Ähm. Vom Fahrstuhl. Die lieben Fahrstuhl. Ja. Wo, 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 wo kriegt man hier nochmal die Elite-Tee-Kollegen her? Der ist ein bisschen zu billig aufgefallen, glaub ich. Oh. Und da warst du. Ich glaub, da haben uns gestorben. Ja, glaub ich auch. Hm. Gut möglich. Das nennt man wohl der Friedschlug. Hm. Hm. Ich weiß, was ich so sagen würde, ist. Hm. 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 Ey, ich hab sie gewusst. Snell, der Fahrstuhl ist da oben. Was, die war noch fein? Ich zeig dir mal, wie man den Fahrstuhl richtig benutzt. Sehen Sie, erst mal so. Nicht so. So springen Sie runter und verletzen. Es ist nicht. Es ist nicht zu retten mit Snell. War's das denn jemals? Das ist jetzt nur unfassbar. Nein. Sie haben doch auch Schaden gekriegt. Ja, weil sie auf meinem Kopf gelandet sind. Nee. Und ich bin durch ihre Macht runtergefallen vom Fahrstuhl. Ja, genau. Ich hab so ne hohe Anziehungskraft. Was? Ich grill grad Naros Leiche. Was? Wie kommen die hier denn hier grillen? Damit ne hinziehen. Offen das Feuer, weißt du. Ja, ne. Snell. Also, ich bin Inno. Ich weiß nicht, was bei euch da geht, aber ich bin Inno. Also, es nähert auf jeden Fall ne zu gravitative Masse, will ich mal behaupten. Und da, wo es Leiche macht, Breakdates, wenn man sie aufhebt. Also, bloß nicht rumwagen. Also, an meiner Stelle könnt ihr beide übrigens alles skalieren. Ich hab die Traitor-Leiche in der Hand. Ich könnte sie die ganze Zeit überleben. Das heißt ja nix. Das heißt, ich darf mich mit Reaper eigentlich duolieren, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Ich hab nämlich die Traitor-Leiche genannt. Wer hat denn die Traitor getötet? Ähm, sie, sie selbst. Hättest du gesagt, dass du sie getötet hättest, dann hätte ich dir das jetzt geglaubt. Ja, ich hab sie auch selbst getötet. Gut zu wissen. Aber, Nabus, welche Tanke ich gerade richtig gut auf? Also, wenn du vielleicht nix mehr von mir hörst, hab ich das Duell mit Reaper verloren. Ja. Wenn du von mir nichts hörst, dann hab ich das Duell mit Vanva verloren. Guter Witz. Wofür kriegst du dich denn? Komm raus! Ey, zeig dir doch dein Radar, wo ich bin. Ach, da bist du. Oh nein. Komm da raus. Ich schieße dir, soweit ich dich sehe, ne? Ja, du bist gerade vor mir rumgelaufen, da hinten an der Wand. Komm raus da! Äh, okay, äh, we parten den Deadwinger mit Taschenlampe, die er gerade ausgeschaltet hat. Wir sind im AT&AT-Raum. Oh Gott, er ist extrem hier erschienen. Ich tanze hier noch mit Nabus Leiche, tanze hier noch rum. Nee, das macht gerade zu viel Spaß. Und er hat an der Kanäle, das macht gerade zu viel Spaß hier. Lukas Manelee. Tun dä dann tun, tu dä dann tu. Uo! Hey! Idee TrulyHunt Ek Horst Ah, ich habe gar nicht mehr ausküsst, der ist nicht so cool! Benutzt doch die Macht! Selbst eine Waffe war nicht nötig! Mein Gott, ich wollte dich gerade noch verarschen mit Narvos Leiche! Da musst du mich einmal umbringen, mein Gott! Genau in dem Augenblick, wo ich gerade schon alles eingekauft habe! Na, wo bist du gestorben? Da konnte ich nicht mehr kein Tier holen! Ich weiß auch nicht, irgendwie mochte die Leiter mich nicht! Ich bin im hohen Bogen rausgeflogen aus der Leiter! Aber dann habe ich bei mir noch spektiert, wie deine Leiche rumgetanzt hat? Nee! Das sah richtig cool aus! Da dreht ein paar HOTE Moves drauf, ja! Klingt schon gut aus! Klingt schon gut aus! Fresh Moves waren da! Voll dabei! Klingt voll auf da! Weißt doch, dass ich kanzeln kann! Kanz bei Dringer Dune! So Narvo jetzt nicht nie wieder sterben als Traitor, ne? Ja! Oh, der ist ein weiter Kollege! Der ist weiter Kollege! Der ist weitergekommen! Der ist weitergekommen! Löff sie aus! Radiert sie von der Kart! Achso, äh... Johnny habe ich jetzt gesagt soll so in knapp 10 Minuten kommen, wenn die Folge fertig ist! Ah, ok! Alter! Jao! Ich hau hier ab! An der Klippe runtergegen! Nein, 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 nein! Was geht ab? Das nennt sich Adrenalin! Jetzt sind wir alle in der Küche! Jetzt sind wir alle in der Küche! Irgendjemand hat hier Deadwinger aktiviert! Was? Doch! Irgendjemand hat hier einen Deadwinger aktiviert! Ich bin fast für eine Deadwinger-Test! Du schlag mich! Schlag mich! Gib mich mal! Achso, ja! Schlag mich! Kratz mich! Beiß mich! Gib mir Tier-Norm! Äh... Das sieht das gerade an! Äh... Oh! Das habt ihr auch gesagt! Tripon Nabokka! Mhm! Hat der gerade echt M gesagt?! Was? Da sind die drin! Die sind im Deadwinger-Raum! T-Raum sind die! Was war Minz-Raum? Mit welcher Minz-Raum? Also ganz ehrlich, Kollege! Seid froh, dass ich noch gar nix gekauft hab heute! Dein Ernst, Mann?! Wir sterben Menschen, obwohl sie nicht tot sind! Zombies! Genug! Hör auf! Ihr verdammt nochmal! Ja mein Gott, Alter! Hier liegt der Jura scheiße rum! Ich kann nix mehr machen hier! Ich steh sack dir alles fest, Mann! Ich mach mir erstmal... Brauchst du noch Tracks? Weißt du was jetzt toll ist? Weißt du was jetzt toll ist? Ich hab extra D-Fig auf, weil ich dachte, du bist tot! Ja, du bist ja wieder Death! Ja, ähm... Was für Fade? Äh... Nein, da! Im Planet Life-Requip wiederfinden, das ist der Schild! Ich hab nur das eingesammelt! Heilt ihr euch grad mit diesem Scheiß-Trick? Nein! Nein, gar nicht! Unfair! Unfaires Volk hier! Nein! Na ja, eigentlich... Hä? Wo ist er denn? Ach da! Eigentlich ein bisschen tot, aber das ist ein bisschen... ...biss ich irgendwie... So viel Angst haben wir als die Formierung! Ach was! Das ist ja auch... Die Regel ist nicht mehr so up to date! Ähm... Aber hier sind so... Ein paar... Ein paar Tamala hat ja gut mit Rot gearbeitet! Na wo? Wo bist denn du? Weg! Geht euch gar nichts an! Sie haben irgendwie Angst, dass die wirklich irgendwo sind, wo wir sie auch gar nichts sehen können! Hä? Das war ja in der Freundschaft Arschluck! Ich will doch nicht nach oben, ich will da unten! Ich seh' sie glaub' ich! Nein, doch nicht mal! Ich glaub' ich seh' sie! Wo denn? Genau da! Mano! Ach man! Ich hab mir gerade extra nur ne Superdiscope gekauft! Hat schon wieder nicht geklappt! Ja, mach' klar! Das wird jetzt gern, wenn du den falschen Aufzug nimmst! Aber so eine coole Serum ist! Komm runter! Wer hat ein Serum? Coole Serum? Ein Gott! Jetzt ein Serum! Ja, jetzt so ne Serum! Oh, jetzt so ne Serum! Oh, jetzt so ne Serum! Ja! Ich kopier' jetzt einfach eiskalte Wannbar! Ja! Große YouTuber kopiert es auch! Jetzt kopiert ihr alle Wannbar! Bin ich denn hier? Wo bist du denn? Wie sieht denn deine Umgebung aus? Das frage ich mich auch immer, wenn ich auf den TS komme! Wo bin ich hier gelandet? Ach, hier bin ich! Oh, der kommt von oben, der Fahrstuhl! Ups! Das war jetzt übel! Ich möchte hier raus! Au! Piep! Also jetzt mal schubsen! Ja, Nao stimmt! Jetzt mal schubsen! So, geht da! Nao! Nao, jetzt mal schubsen! Nao, jetzt mal schubsen! Nao, jetzt mal schubsen! Nein, nicht schubsen! Ja, wenn du Wann mal schubsen willst, muss ich dich schubsen! Was war das mit den Bienchen und Blümen? Was? Was kommst du denn jetzt auf Blümchen? Wir sind nicht, ich hab dir gesagt! Und Bienchen! Was? Nein! Was? Was auch immer er für komplexer hatte, sollte weniger nehmen! Jaaaa! 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 Oh! Ähm! Das ist jemand runtergefallen! Das klang aber noch so ein bisschen wie, als er hätte überlebt! Du gerade noch! Das hörst du raus aus dem Todesschrein? Mhm! Das hört jeder raus aus dem Todesschrein! Das muss man raushören! Wir sind theoretisch! Das muss jeder raushören! Boah, ich hab Bohnen gefunden! Oder ist das ein Spargel? Ich weiß es nicht! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Hey! Hey! Wo sind meine Bananen geflogen? Meine Bananen ist drin geblieben! Bananen? 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 Er ist tot? Ist er mir dabei runtergefallen? Ja, ist mir dabei runtergefallen! Er ist tot! Ja, ne? Okay! Also heute, die Gravitation ist äh... Es wäre viel besser ja auch ein Bandarit auf dem Kopf! Da! Oh, zieht du die! Werfen nur dezent mit Waffen, okay? Siehst mich nicht! Ich bin der Mama! Und Mama! Ich bin der Mama! Küche! Oh, Schocker! Hat's nächst Leiche auch noch das Ding verfehlt? Danke! Ich glaube Reaper ist heute wieder mit Nensi umbringen! Bei Nensi kann man niemanden töten! Ich bin aber Nerv mit Nensi! Ich geh jetzt in den Twitter-Room, Schuss! Das Feuer geht mit mit dem Fahrstuhl! Ich bin tot! Wie war denn nochmal die TS-IP? Na? Na, was? Ist die geheim? Darf ich die in den... Ja, ich habe ja noch 10 Zeit über 5! Auf Steam kannst du die nicht schicken übrigens! Das habe ich ausgefunden! Ich nehme hier mal eine andere Waffe, habe ich gerade herausgefunden! Warte! Was ist das denn? Jetzt weiß ich wie das schön ist, wenn das Leidzehber noch halten! Ja, du bist tot! Ach, dieses Geräusch, ne? Jetzt wird die ganze Zeit irgendjemand irgendwo gegenklopfen. Mit so einem Metall-Ding. Gut, ja, vielleicht auch einer. Weiß man's. Huh. Die Frage ist, was ist das für ein Job? Ein guter. Der ist bestimmt gut bezahlt. Klopfer, ne? Warum liegt hier Cyberbots Leiche? Weil er doch tot ist. Er ist doch runtergefallen. Den Fahrstuhl. Denk ich mal. Da stand da noch irgendwas? Ne, gefallen. 29 Sekunden davor hab ich ihn gefunden. Hm. Geht mal nicht. Zum, 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 zum. Genießt du das Geräusch, oder was? Hm. Aha. Wo sind denn die anderen erst? Das könnte Pi sein. Wer ist Pi? Diese Zahlenkombination, die hier draufsteht. Irgendwelche Nachkommenstellen. Hm. Ist irgendwie, äh, nicht so viel los, ne? Ne, hab ich mir auch schon gedacht. So, meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Doppler-Effekt. Oh. Der ist so schön, der fällt... Das ist der tolle Doppler-Effekt. Das ist der tolle Doppler-Effekt. Das sieht doch wie ein Regenbogen. Ups. Genau die Frau, weißt du, die genau weiß, dass sie neben mir sitzt und ich ihr das runterbete. Was sie niemals machen soll, macht das trotzdem. Was? Kein Friendship Beam beim Ende der Runde. Entschuldigung. Hä, wieso, die Runde war doch nicht zu Ende? Ja, doch. Die hat nicht zu Ende der Runde hin, dann halt man, damit sie du auch verstehst. Also, ich dachte, das Kritische wäre nach, mit im Slow-Mo das Ding auslösen. Ja, ist doch. Echt? Während im Slow-Mo läuft das Ding dann auch noch. Das ist nicht in einem so zwei Sekunden tot. Ja, das ist nur schlimm, wenn man hinguckt. Nee, das ist generell schlimm. Also, ich habe den Slow-Mo jetzt nicht gemerkt. Okay, der hat den Slow-Mo nicht gemerkt, dass der nicht gemerkt. Toll doch. Toll, ja, ja, toll, ja, 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 ja. Etweder war ich auf einem anderen Planeten. Oder... Ja, das denke ich mir manchmal bei dir sowieso. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Hm. Da war ich natürlich. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, hätten Sie hier den Dopplereffekt gemerkt. Alles sei Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. wir sind das player müssen sprach fehler haben wir ja verdammt hier war die sackkasse ich habe ihm gesagt er soll den test kommen aber ja ich wollte noch sagen weil ich habe dich da ja gesehen und dann ein wenn er noch nicht nicht mehr er ich glaube es ist der hieß Traum wir können uns gegenseitig testen Hallo 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 Sollt man mich? Ja Na gut Hab gerade wieder ausgedreht und ich glaube er aus Wann war? Wir haben mich gesteckt und kommst du mal? Ja sofort Jetzt fuhrfohren Ach, hier ist die Tür. Ich habe die Tür nicht gefunden, war das Problem. Daher ernst. Ja, ja, alles klar. Sollst mich testen, sollst dich nicht wiegen. Wo ist der Knopf? Da, da, da. Ach, hier, hier, der Knopf. Riesgroßer Knopf. Okay, grünes Licht schon mal. Okay, ich habe schon mal grünes Licht, das ist gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen dritten. Man war, hat auch ein sehr schön grünes Licht. Ja, wir brauchen jetzt nur noch den dritten. Wollte dich eigentlich gerade boosten. Willst du hier noch einen dritten testen lassen? Nein. Wie nein? Wir sind zwei Idrus. Wenn ich jetzt tot bin, ist es ein Harbo. Wenn ich tot bin, ist es verspelt. Wir wollen hier raus, wenn wir die T's sind. Kann doch einer testen kommen. Zwei Indus haben sich schon getestet. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mann und ich haben uns getestet, wir sind Ingo. Oh, oh, oh. Wir brauchen halt die Sabo bestätiger. Warum 28? Ich habe dich nur einmal getroffen. Weil ich nur 28 gewähre habe. Leute, ich habe dich einmal getroffen. Stellfall der hat es 69. Das regeln wir anders. Ihr könntet das doch durch testen regeln. Da müsst ihr auch entliegen. Da müsst ihr auch entliegen. Rein im Terrorismus. Terrorismus? Hat gar nichts gebracht. Ich habe einen fast umgeworfen. Na, wo ist in Tod gesprungen? Na, wo ist in Tod gesprungen? Glaube ich. Was? Irgendwas war, glaube ich, mit Snails Verbindung los. Ja, irgendwas war gerade los hier. Ja. Okay. Also jetzt nicht so dramatisch. Oh, los, Leute. Reaper, ich sehe einen Reaper. Wow. Der Reaper kommt aus dem Tester hoch. Ich bin Ingo. Wann hat mich getestet? Und was waren wir? Aber ihr beide konnt. Einer von euch kann kein Ingo sein. Wieso? Ja, ganz genau. Weil wir zwei Traitor haben. Ich bin Ingo. Na, wo war Ingo? Stimmt, Davo war Ingo, ja. Wenn Cyberbot dann auch noch Ingo ist und wann war auch noch Ingo, dann stimmt irgendwas mit eurer Rechnung nicht oder der Traitor-Tester ist kaputt. Also wann war Cyberbot, solltet ihr euch gegenseitig jetzt abknallen. Oder ihr seid beide Traitor. Ja. Dann kann Snail jetzt anfangen auszurasten. Äh, was hat Snail hier getan? Okay, ich darf ausrasten, ja. Nein! Oh Gott, das will. Was wird das? Ja, Ingo darf ausrasten. Oh, ah. Wo ist er her? Was? Es kam mir spät vor. Wann mal? Ja? Müssen wir das? Nein! Oh, hey, hey, wann mal noch. Was geht noch? Hey, Wann mal. Wann die auch von hier erschießen? Nein, ich sehe genauer Lüftungsschatz. Ich komme runter vom Fahrstuhl. Wann ist das halt so ein richtiges Mal? Nein, das ist Fahrstuhl. Das ist brutal. Außen seid ihr zu zweit. Du hast nicht zu zweit. Wann mal geh rüber. Ich gebe dich auf den Austausch. Äh, ich... Ich tausch mit dir. Warte, ich gebe mir ein Schutzschild rum. Warte, warte. Ich nehme mir erst mal ein Schutzschild. Ich weiß ja nicht, was du mit rüber gehen meinst. Ich will einen Austausch machen. So eine Verhandlung. Weißt du, er soll runterkommen. Dafür gebe ich ihm dich. Oh ja. Du gehst rüber und er kommt dafür runter. Ja, genau. Komm rüber. Du kannst du Austausch oder Austausch... 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 Du musst dafür aber auch runterkommen. Ich bin dann der Austausch-Student. Der Austausch-Student. Ah, das ist zur Hölle. Aha. Keiner selber in der Luft. Ja, ne. Geht die Augen. Kann man auch machen. Zwei Gegner. Das ist nur so klar. Zeit? Äh, 32. Okay. Dann letzte Runde. Ding schon, beim Server bei mir. Das Ding war halt, diese Runde ging gerade... Die letzte ging so lange. Geht bei euch das Server auch? Nö, ja. Jetzt läuft es. Nö, Johanni hatte gerade connected, von daher. Ja. Liegt an mir immer. Ich bin eine Böse. Na, wenn jemand connectet, dann wechseln wir uns. 17, 16, 15, 14. Ich glaube, ich bin ja raus. Hä? Hallo? Hallo? So, 16, 15 wird es in der Firma Natschi-Reihenfolge machen. Ja! Drei, zwei, eins. Ah, ich bin raus. Aua! Wir hatten ja kurzen... Also, Exe. Weiß ich, ich komm auf... Exe kommt auf den Server. Was ist der erste Amtshandlung? Schießt mich an. Ja, also, sorry. Ich bin seit 10 Minuten hier und stay. Jetzt ist das einzige aufgefallen, dass ich wieder da bin. Hä? Ja, oder? Wir wollen ja nicht mitkriegen. Nein, Gott, ey. Hey, wir dürfen nicht einfach labern. Hallo, wir sind am Spielen. Da können wir nicht auf AfKala reagieren. Tipp! Also, Zeit los. Aber ihr wart da alle in dem Moment noch am Leben und haben da noch geredet. Ihr wart alle noch am Leben in dem Moment. Da hab ich genau drauf geachtet. Ja, und? Es ist trotzdem egal. Du warst nicht im Spiel, dementsprechend mussten wir auf die anderen, die im Spiel sind, achten. Hallo, Tür, geh auf. Ah? Einen mehr Mutter. Küche! Nein! Sie freut sich. Hey, Küche! Ich hab Bananen! Ja, mach uns einen Hawaii-Toast. Ich darf nicht, dass wir nicht mitspielen. Das ist vielleicht behindert. Bananen. Bananen gehören aber nicht auf den Hawaii-Toast. Warum geht ihr zwei auf die Toilette? Nee, aber... Weil er shoppt und ich ihn verfolge. Bananen können klar dazu. Ich dachte schon, ihr wollt was anderes auf der Toilette. Was? Nee, es gab doch irgendwie so ein Brot mit Bananen. Jetzt sag ich nicht Bananenbrot, das gibt's auch, aber das ist ja... Also, you know. Man kann doch auch, äh... Zum Beispiel ein Nutella-Brot, schön Bananen belegen. Weil, weiß ich, das ist Erdnussbutter mit Bananen? Ey, kann man auch. Peanut Butter Jelly, Peanut Butter Jelly. Peanut Butter Jelly? Peanut Butter Jelly? Peanut? Also, ich meine, ich hab diesen Song jetzt als Nippel, aber ich glaube, das ist, äh... Au, der hat andere Sniper, von wem war's? Ich wollte nur die Unten, da... Ich wollte nur die Antiole, aber ich sprich. Okay, der Schuss muss von... Nein, nein, nein! Nein, nein! Warte, ich hol dich! Warte, ich hol dich! Also, das war's... Oh, ne? Warte, was ist mal cool, danke! Ähm... Das war alle gleich rum, ja! Das ging schnell! Wtf? Wtf? Was ist das? Das bringt mein erstes Target in den Boot tot, dann springt mein zweites Target in den Tod... Dann kommt die Verabschiedung! Äh, Johanni! Ja, ja! Alles klar, bis zum nächsten Mal! Tschüss. Tschüss.